Willst du mal erzählen, Nachbar? Was hast du gemacht? Erzähl mir. Wallah, wenn du wegen Vergewaltigung drinnen bist, anik achte, anik. Wallah, Cousin. Ich hab Cousins in Mexiko, wallah, die gehen ab. Erzähl mir, was hast du gemacht, ihr Menik? Du willst wissen, was ich gemacht hab? Ja, natürlich. Was willst du mit dir? Wallah, erzähl mir. Ich hab 17 Snickers auf einen Schlag geglaubt. Wallah, Cousin, vertrau mir. Ich vertrau kein Snickers-Dieb. Nur Ba und die Cousin. Fuck. Du Batatas und du... Fuck, ja, Cousin. Ja, die Geschäfte laufen anders. Ich hab damals mit 12 auch Bounty geklaut, wallah. Ich liebe Bounty auch, wallah. Ich feier sogar Gringo auf Fitness-Cousin, wallah, was ist los mit dir, wallah. Hm. Hm. Ach, da, Gringo. Ich zahl sogar monatlich Miete in dein Zelle, ja, Cousin. Was willst du noch? Hm, wallah, gut. Du kriegst sogar jeden Mittwoch mein Pudding, ja, Cousin. Wir klären auch fette Achter-Cousin. Ein bisschen nachdenken und ein fetter Ausbruchplan. Hm. Hm. Du triffest schon mein Cousin. Yallah, flucht, wallah. Okay.